Hallo, ich bin Oliver Erini. Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein Thema, das dich garantiert betrifft. Also dranbleiben. Ich hatte ja circa vor zwei Monaten schon das Thema Krise bei mir im Podcast und ich möchte mich jetzt noch einmal zu diesem Thema äußern. Ich hatte am Wochenende einen Aufstellungskurs, wo es um das Thema Krise gegangen ist. Natürlich war die aktuelle Corona-Krise der Auslöser, aber eines wurde mir klar jetzt in diesen Wochen und auch in diesen fast eineinhalb, zwei Monaten nach diesem Lockdown, dass Krisen ganz individuell erlebt wurden. Das heißt, ich hatte Klienten, die sagten, man ist das toll, so eine Auszeit haben, einfach einmal genießen können, die Ruhe genießen, das Entschleunigen, die haben das irrsinnig genossen. Und dann hatte ich auch Klienten, in denen ganz tiefe Ängste geweckt wurden, die real jetzt nicht begründet waren, aber die einfach Ängste um Angehörige, um ihre Gesundheit, also wirklich ganz tiefe Themen sich so rausgearbeitet hatten. Und dann gab es noch die Klienten, die ganz konkret finanziell betroffen waren von dieser Krise, also die wirklich starke finanzielle Einbrüche verbuchen mussten und die wirklich um ihre Existenz fürchteten. Und zwar ganz konkret. Und da bin ich so draufgekommen, naja, jeder erlebt so eine Krise eigentlich individuell. Und über dieses Thema möchte ich heute mit dir sprechen. Wir sind ja gewohnt, dass wir aus den Zeitungen, aus den Medien das alles aufbereitet bekommen, was in der Welt passiert. Das heißt, es wird beschlagzeilt und gehashtaggt, wenn du so möchtest. Was tut sich jetzt in der Welt? Und jetzt hatten wir eben diese Pandemie, diese Gesundheitskrise. Es war nicht die erste Pandemie, aber es ist sicher die erste Pandemie, die weltweit so krasse Einschränkungen mit sich gebracht hat, für jeden Einzelnen, wie noch nie zuvor. Und jetzt ist es eben das Spannende, wie ist man betroffen von einer Krise? Nach außen wirkt es so, als wären wir alle in derselben Krise, aber das stimmt so nicht. Ganz unterschiedliche Leute nehmen diese Krise ganz, ganz unterschiedlich wahr. Und das sollten wir uns einmal bewusst machen, weil das Spannende ist, wenn das wirklich wahr ist, dass es nicht eine Krise im Außen gibt, die für alle gleich ist, sondern es gibt nur individuelle Krisen, gibt dir das die Möglichkeit, dass du den Zugang zu einer Krise auch bearbeiten kannst. Und das finde ich irrsinnig wichtig und auch wertvoll. Denn dann passiert diese Krise nicht einfach dir und du schwimmst im Strom mit jedem anderen, sondern du kannst deinen Zugang zur Krise und wie du darauf reagierst, selber lenken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich halte ja immer die Eigenverantwortung für eines der wichtigsten Themen, an denen wir arbeiten sollten und das auch für jeden erwachsenen Menschen wirklich ganz wesentlich ist. Und gerade in diesen Ausnahmesituationen zeigt sich ja, wie gut bist du aufgestellt, wie gut schaffst du etwas. Also die Krise prüft dich ja auch. Die prüft dich in deinen finanziellen Möglichkeiten, die prüft dich in deinen Anschauungen und die prüft natürlich auch dich in deinem Familiensystem, in diesem Zusammenhalt. Wenn man jetzt zum Beispiel eine private Krise, eine Partnerschaftskrise da jetzt sieht, da wird eine Partnerschaft geprüft und manche zerbrechen daran und manche wachsen daran. Wesentlich ist, dass eine Krise individuell stattfindet. Also egal was in den Zeitungen steht, egal was im Außen geschrieben steht und geschrieben wird, die Krise ist deine individuelle Krise und du hast die Möglichkeit, das für dich auch zu lösen und zu bearbeiten und auch möglichst glimpflich, egal was draußen passiert, durch diese Krise zu gehen. Und ich möchte jetzt nicht diese Krise schmälern. Das geht nur darum, wie kannst du am besten damit umgehen, dass du möglichst unbeschadet aus dieser starken Zeit, fordernden Zeit, wirklich rausgehen kannst. Und das beginnt eigentlich mit dem, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht Teil dieser Pandemie, dieser Gesundheitskrise, ich bin nicht Teil einer Wirtschaftskrise, vielleicht spüre ich ja Auswirkungen, das mag ja sein, aber ich stehe anders da und ich werde sicher kein Opfer irgendeiner Krise. Denn das machen die Medien natürlich gerne. Sie verallgemeinern, sie vereinfachen und sie wollen in erster Linie Zeitungen verkaufen. Und das soll jetzt keine Medienkritik darstellen, das ist einfach eine Realität. Denn wenn die Medien wirklich beginnen würden, deine Wirklichkeit darzustellen, dann würde das ja wahrscheinlich anders ausschauen. Dann wäre vielleicht einmal in der Volksschule eine Schlagzeile gewesen, dir wurde die Pausenmilch geklaut oder das Jausengeld ist dir abhandengekommen oder du hast eine schlechte Note geschrieben. Also die Zeitungen reagieren nicht individuell auf dich, sondern sie schreiben ihre Nachrichten und natürlich ihre Sicht der Welt, die natürlich verallgemeinert für möglichst viele Leser wichtig und wertvoll erscheint. Das Bild, das uns von den Medien vermittelt wird, ist natürlich ein viel dramatischeres, als die Welt oft ausschaut. Und ich möchte dir da an zwei statistischen Beispielen einfach mal zeigen, dass sich die Welt permanent zum Guten geändert hat, egal, was uns die Medien da auch erklären wollen. Ich habe mir da so Zahlen rausgesucht aus dem Buch Factfulness, dass ich dir wirklich empfehlen kann, das zu lesen. Ich werde es auch nach unten hin verlinken, wo du das Buch bekommst. Und da wäre die erste Zahl, dass im Jahr 1950 14,4 Millionen Säuglinge gestorben sind. Also 1950 sind noch 14,4 Millionen Säuglinge gestorben. Und jetzt rate mal, wie viele im letzten Jahr gestorben sind. Weltweit 4 Millionen Säuglinge. Natürlich ist das eine unglaubliche Summe, aber wenn du jetzt diese Schlagzeile, 4 Millionen Säuglinge, die Welt ist in einem katastrophalen Zustand, wenn du so eine Schlagzeile hörst, ohne den Kontext zu haben, dass noch vor einigen Jahren fast 70 Prozent mehr gestorben sind, dann wirkt das natürlich sehr dramatisch. Und ich sage nicht, dass diese 4 Millionen Säuglinge jetzt, also dass das keine kleine Zahl ist. Aber im Verhältnis merkt man, die Welt hat sich wesentlich gebessert in der letzten Zeit. Und deshalb kann man diese Zahl nicht einfach so stehen lassen. Im Jahr 1800, rat mal, wie viel Prozent der Weltbevölkerung von schlimmer Armut betroffen gewesen sind. Das waren 85 Prozent. Also im Jahr 1800 waren 85 Prozent der Menschheit von schlimmer Armut betroffen. Und wie viel Prozent der Menschheit sind heute von schlimmer Armut betroffen? 9 Prozent. Das heißt, du hast im Gesamten wieder eine Aufwärtstendenz. Und noch einmal, auch diese 9 Prozent sind zu viel und man sollte was ändern dran. Aber wir sehen, im Gesamten ist alles besser geworden. Und das wird oft einmal durch so Schlagzeilen, die wir im Außen konsumieren, einfach verschwiegen bzw. ein bisschen verdreht, wenn so Zahlen einfach aus dem Kontext gerissen sind. Und ja, natürlich brauchen Medien Krisen, um ihre Blätter zu verkaufen. Wenn da alles nur schön wäre, wäre es ja nicht so reißerisch. Und das verkauft sich halt. Aber im Gesamten sind die Zahlen der Verbrechen gesunken. Ist die Zahl der Bildung weltweit gestiegen. Die Zahl der Kinder, die Zugang zu einem Bildungssystem haben, ist natürlich auch gestiegen. Und das heißt, weltweit haben wir Tendenzen, dass alles ins Positive geht. Und wenn wir das jetzt in die Zukunft projizieren, dann sehen wir auch, es geht immer bergauf. Und wir brauchen nicht jeder Krise hinterherinnen, die uns die Medien natürlich nur allzu gerne gleich wieder servieren und uns wieder versuchen, ein bisschen aus der Mitte zu bringen. Und aus der Mitte bringen heißt nicht, dass die Medien uns manipulieren. Also ich rede jetzt nicht von Manipulation der Medien, von Falschmeldung der Medien. Es geht nur darum, dass dir bewusst wird, jede Nachricht, die dich von außen erreicht, bringt dich aus der Mitte. Denn diese Nachricht steigt nicht in dir herauf, sondern dir wird eine Krise serviert, dir wird ein Thema serviert, mit dem du dich bitte beschäftigst. Das heißt, deine ganze Aufmerksamkeit fließt aus dir raus zu diesem Thema und du näherst dann dieses Thema. Und das ist dann das, wo du unrund wirst, wo du vielleicht Beklemmungen bekommst, Ängste bekommst, wo du immer unruhiger und unsicherer wirst, wo du wirklich anfängst, dir Sorgen zu machen und dich immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen. Naja, und da braucht man jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, was dann passiert. Du willst natürlich noch mehr Nachrichten, du willst ja am Laufenden bleiben und du willst ja nicht die Person sein, die letzten Endes dann dumm stirbt, sondern du willst ja dann dabei sein. Das heißt, deine Energie fließt immer weiter von dir weg. Und das ist dann der Punkt, wo dann die Leute oft mal merken, sie werden kraftloser, wie gesagt, sie werden unruhiger und da sollte man dann aufpassen. Also mach dir einfach bewusst, wo beziehe ich meine Informationen her und erwachsen die in mir oder schüren die in mir vielleicht einen Glauben und reagiere ich dann auf etwas, was von außen kommt oder kommt da was von mir, von meiner inneren Klarheit, meiner inneren Wirklichkeit, meiner inneren Präsenz. Und das ist jetzt nochmal wichtig. Ich rede von deiner inneren Klarheit. Da geht es jetzt nicht darum, dass du jetzt hingehst und deine innere Klarheit dann einem jeden umhängst, weil dann wird sie ja wieder nach außen dringen und wird womöglich andere verwirren. Ganz im Gegenteil, bleib bei dir, bleib bei deinen Ansichten, halte sie für dich in dir und mach sie zu deinem Fundament für deine Gedanken und deine Handlungen. Und du wirst dann eh sowieso merken, passen diese Ansichten oder nicht. Und das kann auch sein, dass du dann Fehler machst, dass du dich mal verirrst oder verwirrt bist. Aber das wirst du dann schon merken und die Konsequenzen wirst auch du dann wieder tragen und daraus lernen und dich weiterzuentwickeln. Das heißt also, bleib bei dir, bleib bei deiner Wirklichkeit und merk dir, dass eine Krise immer individuell erlebt wird. Und wenn du sehr an einer Krise leidest, wie jetzt vielleicht auch dieser aktuellen Krise, dann mach dir bewusst, ich kann meine Einstellung dazu ändern und vielleicht wurdest du wirklich von Nachrichten, von Medien, von der Allgemeinmeinung infiziert und aus deiner Mitte gebracht. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du ganz leicht wieder zu dir zurückkommen, indem du dich einfach darauf besinnst und dir bewusst machst, alles, was du im Außen hörst, kommt von außen und das soll nicht in dir sein. Da gibt es dieses Sprichwort, sei in der Welt, aber lass die Welt nicht in dir sein. Und mit diesem Sprichwort, das möchte ich dir einfach mit auf den Weg gehen. Also sei in der Welt, aber lass die Welt nicht in dir sein. Und so bleibst du klar in deiner Mitte und bist wirklich unerschütterlich und krisenfest und auch krisensicher. Das wäre für heute mal mein Tipp und ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass du ganz bewusst immer bei dir bist, immer in deiner Mitte, immer in deiner Energie bleibst. Und soll es mal haken, es gibt ja genug Meditationen bei mir am Kanal. Also abonniere einfach mal den Kanal, würde mich freuen oder like mich auf Facebook. Es gibt andauernd Themen, die ich da bearbeite und du hast da wirklich guten Zugang zu energetischen Hilfen, die dich eigentlich in jeder Situation abholen. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich sehr und ich hoffe, dass da ein Input für dich dabei gewesen ist. Ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Dein Oliver Ereni, mediale Energetiker.